Informationen für Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen Wer kann sich arbeitslos melden? Sie können sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden, wenn Sie noch nicht arbeiten und eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, also mehr als einen Minijob suchen. Eine wichtige Voraussetzung für die Arbeitslosmeldung ist, dass Sie schon arbeiten dürfen. Die Agentur für Arbeit kann Sie dann vermitteln. Welche weitere Unterstützung Sie von der Agentur für Arbeit erhalten können, erfahren Sie im Video 4. Sie haben Fragen oder brauchen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne. Unter der folgenden Internetadresse finden Sie Projektpartner in Ihrer Region. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017